Ja, smarte Textilien sind auf dem Vormarsch, sicher noch nicht für den Allgemeinkonsumenten, was zum einen was mit Preis zu tun hat, zum anderen aber auch mit dieser Komplexität des Produktes. Sie hätten ja ein Produkt, was aus Elektronik besteht und aus Bekleidung. Dadurch werden völlig andere Aufgaben damit verbunden. Aber wo das in der Zukunft viel stärker Einsatz findet, ist in der Berufsbekleidung. Also wenn Sie Szenarien nehmen, wie zum Beispiel Arbeitsplätze, in denen Sie viel heben müssen, dann könnte über Exoskelette zum Beispiel der Rücken geschont werden. Andere Szenarien wären der Fahrdienst, Fahrradkuriere. Auch da ist denkbar, dass man über Elektronik zum Beispiel Sicherheit massiv erhöhen kann.